Ist das nicht eine wunderschöne Nacht? Hey! Moment! Arrrr! So kann ich nicht arbeiten. Ah, schon viel besser. Ist das nicht eine wunderschöne Nacht? Hey! Hast du nichts Besseres zu tun? Warum redet ihr Kerle immer so seltsam? Der Regisseur ist schuld. Er meinte, so ähnlich hätten die Piraten geredet. Also, Peter, fall nicht aus der Rolle. Mein Name ist Peter Valerius. Du bist des Todes. Meine Narben im Gesicht stammen von einem harten Kampf. Aha! Mal wieder in der Nase gebohrt, wie? An deiner Stelle würde ich zur Landratte werden. Ähm, könntest du das bitte wiederholen? Ich sagte, an deiner Stelle würde ich zur Landratte werden. Ich schaudere, ich schaudere. Ich kenne einige Affen, die haben mehr drauf als du. Aha. Du warst also beim letzten Familientreffen. Du bist so hässlich wie ein Affe im Negligé. Hoffentlich zerrst du mich nicht ins Separee. Ist ein Blick in den Spiegel nicht jeden Tag für dich eine Erniedrigung? In Form, Aldehyd Aufbefahrt, trügest du bei zu meiner Erheiterung. Ein jeder hat von meiner Schwertkunst kapituliert. Dein Geruch allein reicht aus und ich wär kollabiert. Hinter dir, ein dreiköpfiger Affe. Hä? Wo? Dein Geruch. 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 Vielen Dank.